Die Weisheiten des Der Knappe Heute Weg Ah ja, Dutenhams wunderbare Rundwanderwege, da kann man die schönsten Wanderungen machen. Ja, aber auf so Rundwanderwege ist man da stundenlang unterwegs, ist ja das nicht zweit. Aber nein, das macht gar nichts, weil wenn es man zweit ist auf dem Rundwanderweg, dann drehe ich einfach bei der Hälfte um und gehe wieder zurück. Die Weisheiten des Der Knappe Heute Weg Der Knappe Der Knappe Untertitelung. BR 2018